Musik Willkommen an der Nordsee im traumhaften Haus Oldenburg direkt am Rosengarten. Die Wohnung 6 im Erdgeschoss erreichen Sie barrierefrei. Sie verfügt über eine hochwertige Ausstattung mit allem Komfort. Sie verfügt über 68 Quadratmeter. Eine moderne, gemütliche Wohnlandschaft ist hier natürlich selbstverständlich. Eine Terrasse lädt auch am Abend zum Verweilen ein. Ein Strandkorb lädt zum Relaxen ein. Der Wohnbereich ist mit hochwertiger Technik so auch einem LED-Fernseher ausgestattet. Musik Die Küche ist separat gelegen. Sie verfügt über einen modernen Herd mit Backofen, Mikrowelle, allen kleinen Geräten, die Sie sich wünschen und natürlich eine Spülmaschine. Musik Die Schlafzimmer sind sehr liebevoll eingerichtet. Für Ihre Kinder ist noch eine extra Spielecke integriert. Es gibt ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und einem Kleiderschrank. Die Schlafräume sind auch für Allergiker bestens geeignet. Das daneben liegende Bad ist sehr modern gestaltet und mit einer flachen, ebenerdigen Dusche ausgestottert. Wann möchten Sie in dieser zauberhaften Wohnung Ihren Urlaub genießen? Wir freuen uns auf Sie! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020